Ja, hallo auch auf YouTube. Ich grüße dich. Willkommen zu Endling. Ich probiere das jetzt mal aus aufzunehmen. Wir machen mal ein neues Spiel. Und legen wir mal los. Endling. Es wird traurig, glaube ich, und furchtbar. Oha. So, wie sind dieser Fuchs hier? Okay, RT zum Rennen. Schauen wir mal. Oh, alles brennt hier. Okay, weiter geht's. Gut, oh gut, oh gut. Oh mein Gott. Hilfe! Alle. Oh nein. Oh, wir müssen graben. Ah. Oh, die Musik ist so schön. Oh, das Spiel wird, glaube ich, richtig cool. So. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Das ist so episch. Oh, ein Häschen. Ich meine, Hase. Was ist das denn hier? Okay. Vielleicht sollten wir nicht so lange stehen bleiben. Jetzt brennt ja hier alles. Und jetzt? Äh. Wo muss ich jetzt lang? Muss ich zurück? Vielleicht gehe ich einfach zurück. Was war hier? Interagieren? Ah, okay. Hier geht's lang. Ach, krass. Fünf Monate. Thank you, Craig. Five months. Thank you. Ah, komm schon. Wir schaffen das. Alter. Ah, ich muss gedrückt halten. Ach so, okay. Hurra. Muss man auch erst mal wissen, ne? Oh mein Gott. Für dich auf YouTube, wie gesagt, falls ich das auf YouTube bringe, wir sind gerade im Livestream. Nicht wundern. Boah, alter. Puh. Oh nein, ich hab vergessen zu drücken. Nein! Ich hab vergessen zu drücken. Boah. Boah. Boah, es wird schon direkt noch düsterer, wie es eigentlich schon ist. Boah, hier ist eine Straße, ne? Ich sag's gerade noch. Alter. Boah, wir können nicht mehr rennen. Nein! Hätte ich was dagegen tun können? Ich weiß es nicht. Boah, ich glaube, das wird so furchtbar, das Spiel. So furchtbar traurig. Ich mag den Grafikstil irgendwie. Was ist das für eine Antenne? Bin mal gespannt, welche Zeit das spielt oder so. Okay, da guckt er immer hin. Da können wir rauf. Ups. Schieb mal eben die erste Tür beiseite. Da können wir auch hin. Oh, da, oh, da rum ist jemand. Mit einer Drohne. Okay, wir scheinen nicht in der aktuellen Welt zu spielen. Trautes Heim. Oh. Oh, wie süß. Ich meine süß. Oh, ist das süß. Oh, sind die niedlich. Oh. Wir können uns einen aussuchen. Oh, wie gemein. Ich will die alle haben. Ich nehme ihn hier. Ach so. Aber man kann die Farben wählen. Nee, das passt schon so. Das ist ja geil. Ja, akzeptieren. Wir akzeptieren mal. Wie niedlich der ist. Boah, das ist voll schön, das Spiel. Das ist jetzt schon gut. Das ist jetzt schon echt gut. Feuer. Feuer. Endlich. Extinction is forever. So, da wären wir. Du kannst Fische und Mäusen an bestimmten Stellen fangen. Ist das ein Survival-Game? Nacht 1. Okay. So, wir müssen... Was haben wir denn da? Okay. Vergrößern, bewegen. Dax. Weg versperrt. Ach du Heil... Bitte was? Ach du Heiliger. Okay, ist das Open World? Finde Nahrung für deine Welpen. Okay, ach krass. Was ist hier zum Interagieren? Oh, wir können uns verstecken. Oh nein. Das wird ja lustig. Okay, unsere Welpen haben Hunger. Ich gehe erstmal hier... Drücke und halte LB, um Beute aufzuspüren. Oh, das ist ja geil. Wir schnuppern. So, lass mal schnuppern. Oh, da. Zack, bring die Beute dann unter, Schlupf. Okay. So, wir haben Essen gefunden. So, dann wollen wir mal die Kleinen füttern. OutConsumer, vielen, vielen Dank. Mit 179, was? Vielen, vielen herzlichen Dank und hallo an deine Zuschauer. Hi, hello. Hello. Thank you for the raid. Hallo. Hallo. Äh. Thank you. Hallo. Hallo, everyone. Thank you. Huch. Schwupps. Hi, and welcome to my game. Hi, we are from Spain. Hi. Nice Greeks to Spain. Hello, everyone. Hallo. Welcome to my stream. Thank you for the raid. So. So. We just try for the first time the game here. Oh, oh. My English is not very, 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 very. Enjoy the game. It's amazing. Yes. Oh. How are you all? Ah, ihr spielt Endling auch. Ah, okay. Cool. Geil. Ja, ich hab's wie gesagt, äh, bekommen von den Entwicklern. Ich wollte mal... Ich dachte mir, komm, probier's direkt mal aus. Und wir müssen jetzt gerade erstmal hier, äh... Boah, ich find das... Allein, der Anfang war schon so episch. Ups. Der Anfang war schon... Sollte ich diesen Fisch mitnehmen? Der hat geleuchtet. Wirkt so ein bisschen verseucht. Ähm. Raid halt, yeah. Ähm. Ja, ich bin ein wenig, äh, überrascht, dass so viele gekommen sind. Das ist... Ja. We had some... We had some of the death of Spanish as well in our chat while playing. Ah, okay. Nice. So, wo muss ich denn lang? Ähm. Warte mal, ich musste nach oben, ne? War das? Hier, da muss ich lang. So. Ich bin ein bisschen überfordert. A little bit nervous. So. Dann lass mal gucken. Oh. Alter, 170... Wie viel war das? 174... Seid ihr denn wahnsinnig? Okay. They explain you some topics of the game. I really love this game. Okay. We're half as good as you. Okay. Ähm. I tried today for the first time. Oh. Oh, this is so sweet. Oh, my God. Oh. No. I think it's so sweet. I'm a man. No. Nein, geh da nicht hin. It's a trap. Nein. 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 Oh. Oh. Spulen bleiben nicht ewig halten. The children are related, an instrument of the soundtrack, and if you lose someone, children, the sound is a bit... Ah, nice! Okay, that's nice. Eine Batterie? Die Spur endet hier. Finde Nahrung für deine anderen Wilden. No! Schwups! Is he dead? No! Bin ein bisschen traurig. Oh mein Gott! How long is this game? Oh Mann! Da ist der Frosch! Ah, voraus! Nice! Thank you! Thank you for the follow! Thank you! Okay, deine Welpen brauchen Zeit oder zu... achso, Zeit oder zu Neigung für eine schreckliche Situation zu bewahren. Okay. Okay. So. Night 4, Nacht 4. Was haben wir denn auf der Karte? Oh mein Gott! Vielen, vielen Dank! Thank you! For all the followers. Okay, da unten ist ein Dax, da oben ist ein Schloss vor. Geben wir mal nach unten. Mhm. Was steht da? Achso. Okay. Alter! Seid ihr denn wahnsinnig? Dankeschön! 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 Thank you! So. Okay. Let's go! Come with me! My friendos! We're looking for amazing trip! Wo bin ich denn hier? Okay. Okay. Okay, wir können so ein bisschen umgucken. Care Kooperation? Care Kooperation? Was machen die da? Ja? Zum Interagieren? Oh! Nooo! Okay. Was, was, was? Was machen die? Das ist so süß. So sweet. Alle da? Ja. Okay. Okay, sie können schwimmen. Das ist schon mal gut. Oh, geht bloß nicht unter. Oh! Nooo! Zu süß! Okay. Oh, dahint ist ein Angela! Voll schön. Das Spiel ist jetzt schon schön. Brücke X, um die Beute fallen zu lassen, deine Welpen zu füttern. Okay. Okay. Was können wir hier tun? Ah, hier. Wollen wir da mal hin? Das ist bestimmt keine gute Idee. Das ist nicht eine gute Idee. This way. Wie schön dieses Spiel einfach ist. Ah, wo ist unser andere Welp hin? Nee, nee, nee. Lass mal. Bruder, warte mal. Probier's mal aus. Okay. Okay, da oben. Wie komm ich da oben hin? Die Nacht geht zu Ende. Kehre in den sicheren Unterschupf zurück. Okay. Okay. Oh, 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 oh. Das ist keine gute Idee. hier. Oh oh, man kann die sogar verlieren. Warte mal, wie kommen wir denn jetzt zum Unterschlupf? Einfach nach oben laufen und dann da links? Okay. Alle da? Das muss ich mal kurz gucken. Das muss hier irgendwo sein. Hier glaube ich ja hier. Warte, erst mal Futter. Guck, 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 guck. Schnell, schnell, komm mit. Ah ne, Jungs, da lange. Schnell. Kinder, kommt. Kinder, wir müssen nach Hause. Auf schnell, die Nacht einfach hier. Kinder, komm mit. Ab schnell nach Hause. Schnell in den Unterschlupf. Die Nacht bricht ein. Los, 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 los. Schlafen. Springen? Ach, die leeren? Ach, krass. Was muss ich denn machen? Muss ich irgendwas machen? Ach, wie süß. Ich meine süß. Weltenfähigkeit? Achso, okay. Also lernen die wahrscheinlich dann, ne? Spuren, LB. Oh, Mann. Okay. Wir müssen also unseren, unser viertes Kind suchen. Schauen wir mal. Deine Welpen werden an bestimmten Orten neue Fähigkeiten erlernen. Hilf ihnen, diesen wichtigen Sachen. Okay. Nacht 5. Dann wollen wir mal ausprobieren. Rennen vielleicht auch, oder? Ich würde mal hier lang gehen. Mal gucken, wo wir hinkommen. Wo geht's denn hier hin? Wir probieren mal aus, ne? Oh, Alter, da ist eine Falle. Da gehen wir mal nicht lang. Ah ja, da wohnt ja der Typ, ne? Der es ja gefangen hat, ne? Hier war Wasser? Typisch Mensch. Das ist ganz normal. Typisch Mensch. Das ist typisch Mensch. Das ist einfach so. Hi, Sleppard. Grüß dich. Willkommen zur Let's Play Live Show. Ich grüße dich und willkommen zu Endlingen. Wo sind wir denn jetzt hier? Okay, da kommen wir nicht lang. Okay. Wo sind wir denn hier auf der Karte? Okay, da ist ein Schloss vor. Dann müssen wir hier nochmal testen. Ich würde einfach mal ein bisschen, ein bisschen Zuneigung. Oh, wie süß. Man kann die aufnehmen. Oh, Alter. Nicht ertränken. Hier waren wir beim letzten Mal schon, ne? Guck mal eben auf der Karte. So, jetzt müssen wir da einfach geradeaus laufen. Da waren wir auch noch nicht. Unten ist das Haus. Okay. So, warte. Ah, spielst du Returnal. Okay. Ah, hier gibt's wieder Essen. So, haben die schön gegessen. So. Äh, hier waren wir ja, ne? Genau. Hier geht's nach oben nur zu dem, zu dem Dachs. Uxbau. Weg versperrt. Was ist hier lang denn noch? Weiß, die Nacht ist, glaube ich, gleich zu Ende wahrscheinlich wieder, ne?